Musik Das war's für heute. Wir haben heute die Tage und vorne ist der Grover. Es sind Future allerdings versucht zu attackieren und auch mit Hawaii ist da die Verzeihung. ... um weiter nach vorne zu kommen. Ich bin mir sicher, er wird's versucht und vielleicht reibt der sogar zum vierten Weg hier bei großen Freis von Stofe. Auf geht's, der Start ist in 13. An den Hauptstart, der Start ist frei. Die Spannung steigt. Großer Preis von Stofe 2016. Die Teilnehmer auf den Weg in die Wände.